Das Wasser ist hier blauer als an der Adria. Bist du dieser Typ, dieser Mace? Bist du Ed. Na klar bin ich Ed, verdammt. Warum sagst du da nicht den Antwortsetz? Weil ich mir so viel Scheiße nicht merken kann. Und es gibt weniger Quallen am Strand? Ich stehe seit zwei Stunden in dieser Drecksbrühe und weiche auf. Jetzt soll ich auch noch ein Gedicht aufsagen, Kloakenkacke! Saint-Tropez. Treffpunkt der Reichen und Schönen. Ed und Mace waren weder reich noch schön. Aber ersteres wollten sie ändern. Mein Auftraggeber ist gefährlich, so viel sollten sie wissen. Machen Sie Ihren Job, ich mache meinen. Für 30 Riesen wünsche ich Ihnen sogar noch den Popo die Partei. Alles lief nach Plan. Aber der Plan war kacke. Fuck, ich bin so sauer, Mann. Ich bin richtig sauer, Mann. Du bist richtig Donnerkuck im Kopf. Ich sagte keine Gewalt. Unter Gewalt verstehe ich aber was ganz anderes. Hiroshima. Das war gewaltig, oder, Mace? Ab jetzt werden die Würfel neu gemischt, Doktor. Ja doch, Mama. Wir sind hier gleich am Ende. War meine Mama. Du bist ja gleich. Glaubst du, du hast hier Greisenschutz, oder was? Bitch! Erzähl was. Egal was. Ich habe mal einen Typ gesehen, der hat neben eine Dönerbrille gekackt. Ende der Geschichte. Erzähl was. Ets lahm. Zähl was. Und wiedersehen. Höийst浪.